moin leute und herzlich willkommen zurück zu let's play lufia für den super nintendo im letzten part wollten wir durch diese tür durch und da gehen wir jetzt auch durch so okay okay wir haben hier ein komisches schalter rätsel kein problem und hier haben wir ein rätsel in meinen augen löchel das kapselmonster schegi schließt sich unseren das scheint ein eismonster zu sein schegi einen namen also ich mag das full caps nicht deswegen ende ich das immer noch auf normale großen kleinschreibungen und ich darf vielleicht noch darüber habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet und daran wie natürlich nicht und die ich den auch falsch ist okay warum dachte ich könnte da nicht rüber deswegen habe ich das gar nicht erst auf den kurzen weg versucht naja dann wollen wir doch mal schauen hier geht es erst mal hier rüber so ich vermute mal die müssen alle darauf sieht zumindest so aus na bitte ein drachenei noch eins wir haben doch schon eins egal nicht hinterfragen also da kann ich einfach hinnehmen so ähm okay so dann kommt der darüber so und so okay dann sind wir jetzt auch hier an der tür sehr schön explosionen laut und grell machen alle platten hell ok damit hatte ich gerechnet so hier kann ich keine das ist gemein so verdammt fast nicht ganz so wie ich das gerne wollte so schauen bringt mir das so irgendwas an sich nicht und dann wieder hier in der situation auch man jetzt haben wir es erst mal alles uns nicht sein soll aber das kein problem so das sollten wir ordentlich hinkriegen so perfekt und jetzt haben wir es so na bitte doch ganz easy mensch so na denn erst mal hier auf dem riesenrock prügelt mal ein bisschen auf das fisch ein das stört mich gerade danke sehr sehr freundlich und die peinsten schon wieder egal der weg und rechtes vielleicht sogar jetzt perfekt sehr schön und ein lebensaft gefunden na gut nehmen wir mit nehmen wir ihn mit warum nicht okay dann speichern wir mal ne kann ja nicht schaden glaube ich ich verstehe so vermute mal ich muss dazu den beiden das ist jetzt nur so eine idee aber ich glaube irgendwie bricht hier gerade der boden so ein bisschen weg wie bitte ich habe euren fluchtsauber blockiert ihr könnt mir nicht entkommen wasserfonteine 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 so so und gut so das gefällt mir nicht also nicht wirklich aber gut wenn ihr meint ich war wenn ihr meint das gefällt mir ihr könnt also kämpfen wir sammeln diesen monstern ja rolle mal schauen wie wir zu einem feuer zauber steht einfach mal gucken wenigstens haben wir hier jetzt nicht gekillt das hätte mir noch gefehlt problem ist nur um ja ja feuer macht gut schaden problem das ich jetzt habe ich muss jetzt hoffen dass ich hier nicht angreifen ansonsten ist das ein bisschen scheiße natürlich treffende tier an auch du drecksack mann amüsant aber ihr könnt ihr könnt aber nicht gewinnen ich bin unschlagbar was machen wir wirksam die schlacht scheint nicht enden zu wollen verflixt du machst es hier so lustig ich wusste dass er das ist wer oder was bist du hast du diesen kindischen trick hast du dir diesen kindischen trick ausgedacht genug jetzt ich will mir eure beleidigungen nicht mehr anhören müssen das das nicht schon wieder diese ätzenden typen warum kommst du nicht selbst her und kämpfst mit uns was für solche eine memme euch jetzt schon zu erledigen wäre viel zu langweilig ja bestimmt du bist schon hier du musst verhindern wir vorbeigelaufen sein ja das war doch jetzt noch kein richtiger kampf oder ich bin doch topfit mach das in ordnung mir geht es wunderbar danke aber es ist meine schuld dass ihr so viel ärger hattet du hast es für dein land und dein volk getan das hätte sich nicht jeder getraut aber ich konnte nichts tun du musst doch ein wenig üben dann wirst du ein guter schwertkämpfer dica willst du mir die schwertkunst beibringen selbstverständlich wunderbar das erfüllt mich mit großer freude und dann wird zurück in das schloss ja gehen wir ich bringe den prinz zurück ins schloss wir hätten die dural niemals laufen lassen dürfen er wird wieder kommen ja ich werde mich später schon noch um ihn kümmern wir sollten im schloss weiter reden sicher das war irgendwie einfach vielleicht ist er nicht so dumm wie wir gedacht haben ja vielleicht maxim was ist geschehen weißt du noch wie man die tür im nächsten raum öffnet über den pfeil nach oben auf den schalter nachher vielen dank wie kann man sowas noch vergessen er ist halt ein wenig vergesslich was solls er kümmert sich aber gut um prinz rocco stimmt das vertraut ihm der prinz auch so sehr das ist beeindruckend auch du bist eine beeindruckende person salen hihihi viel dank maxim bitteschön lass uns nun nach rosalca gehen hier ist immer noch ein bisschen tot was mir nicht ganz so sehr gefällt deswegen gehen wir auch noch mal nach rosalca maxim ich habe schon auf dich gewartet was ist denn hier los ja das war hier während du im labyrinth warst wie bitte ja das sprach nur mit dem könig dieser erwartet dich jetzt und da werde ich mich gleich auf den weg machen yo machen wir mal ne aber der hat nur mit ihm gequatscht was für egal geil so hier hey was kannst du für mich tun ja äh belieben wäre so eine idee ja gut ja dankeschön und äh sorry tier aber äh die gegner waren alle äh waren halt einfach scheiße soo dann werden wir noch auf penn gehen noch dunkel aus 30 goldmünzen ja machen wir soo okay na dann hallo hallo könig maxim schön dass du da bist mein könig darf ich fragen was du mit mir äh was du mit gardes besprochen hast sicher es war eigentlich kein gespräch eher eine eindeutige warnung was hat gardes gesagt eine zeit voller angst und schrecken beginnt er wird die hobo insel im meer versenken als anfang was die hobo insel versenken auf der insel liegt doch pandoria er sagte er wolle auch das königreich rosaika dem erdboden gleich machen oh nein doch was verlangt er von dir mein könig nichts rein gar nichts das verstehe ich nicht er wollte nichts es ist keine erpressung es ist eine fahndung er zerstört einfach nur so ohne grund das ist die ganze story maxim du begleitest mich doch oder schon aber aber was aber ohne tier und salen höre ich richtig pandoria ist in gefahr äh pandoria ist in gefahr ich kämpfe an deiner seite danke doch meine antwort ist nein diesmal nicht aber du weißt doch wie gut ich im äh wie gut ich im kampf bin verstehe doch salen der kampf wird kein kinderspiel und mixen weiß das jetzt hörst du mir mal zu kampf gefahr na prima wir kämpfen doch für ein gemeinsames ziel tut mir leid es geht nicht außerdem gibt es andere dinge für dich zu tun zum beispiel hier zurück nach pandoria und erzähle allen was dich zugetragen hat bringen sie in sicherheit bitte nur dir werden die leute glauben ok aber es ist das erste und letzte mal dass ich klein beigebe du verstehst das doch auch oder überhaupt nicht ich werde mit dir gehen egal wie groß die gefahr sein mag tier und gut ich war etwas stur doch versprich mir dass du lebendig zurückkehrst ich warte versprochen was was ist das ich wollte dir meine schwertgünste zeigen doch das schicksal ruft Du erzählst allen, wie stark du bist Doch jetzt rennst du einfach davon Ähm, moin Du erzählst allen, wie stark du bist Doch jetzt rennst du einfach davon Ich Wenn du so stark bist, wie du erzählst Dann wird der Sieg dein sein Das Duell kann warten Okay, ich werde dich nicht enttäuschen Bus, hoch, ziemlich düster Mess, hoch, ziemlich düster Geil Hi Maxim, schön dich wiederzusehen Zeit, dass ich wieder dabei bin Mit deiner Schwester ist alles in Ordnung? Ja, sie liegt zwar noch im Bett Doch es geht ihr viel besser Sie hat wieder einen Mordsappetit Es wird Zeit, mal wieder Ein paar Gegnern das Fürchten zu lernen Jaja Allerdings Hat dich die Amteuerlust zurückgetrieben? Nicht ganz Ein Brief des Königs Er braucht meine Hilfe Ich kam so schnell ich konnte Ich wusste nichts von deinem Brief Max, wer ist das? Das ist Guy Wir kämpften Seite an Seite Er musste zurückkehren, da seine Schwester sehr krank war Ich verstehe Mein Name ist Tika Schön jemanden zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann Ich bin Guy Das war ziemlich knapp Wir hätten leichter ein paar Schramme abbekommen können Keine Panik Herzlich Willkommen bei uns Guy Ist toll, dass ich wieder mitmischen kann Gardus hält sich im Turm im Osten auf Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen Ich wusste schon immer, dass es einmal zum Kampf mit Gardus kommen würde Ich bin bestens gerüstet Guy, Dicker Jetzt geht's los Also Maxim, dann mal ran an ihn, Feind So sei es Wir werden Gardus das fürchten lernen Auf geht's Richtig so Gemeinsam werden wir es schaffen Genau das will ich hören Genug geredet Genug geredet Wir lassen den Zarten sprechen Entschuldigung Töpfere Krieger, wie aufregend Er hat zerzittert Silent Ich habe Maxim noch nicht aufgegeben Wie? Ich? Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen Ja, du hast recht Also, auf nach Pandoria Bitte Maxim, sei sehr sehr vorsichtig Ich bin vorsichtig Seit du ist auch Tier Versprochen Warum gehen die den langen Weg Links rum wäre es viel kürzer gewesen Also, von uns aus gesehen nichts Egal Auf jetzt Oh yeah Guy und Dicker in der Gruppe Und Dicker hat natürlich auch keine HP Ja, keine MP meine ich Ähm Maxim ist unser Heiler Das gefällt mir nicht Das gefällt mir so absolut nicht Was hat er für Rüstung? Die Rüstung ist scheiße Wenn ich das jetzt hier gerade richtig einschätzen kann Moment Wir gehen mal kurz zum Shop Hallo Hallelüchen Jo Hi Nee Okay Schwert ist schon Schon das beste Was er kriegen kann Gut Rüstung Ah, wusste ich doch, dass er da irgendeinen Scheiß hat. So, dein Schild kriegt er noch. Sturzhelm. Warum nicht? Und hier noch der Eisenhelm für Agai. Okay, ich habe mal wieder keine Kohle. Aber das soll mir recht sein. Äh, Quatsch. Quatsch. Ich bin hier raus, so. Ich schwöre hier raus, Mann. So, der Turm. Stimmt, und ich habe auch keinerlei Zauber. Das ist so ein bisschen doof. Das ist so ein bisschen sehr doof. Ja, das ist ja gut. Ich habe es kapiert. Na, darf ich dann? Wow. Okay. Gut, ich sage nichts. Das passt. Passt alles vom Schaden her. Ich brauche keine Zauber. Die Zauber sind voll überbewertet. Wenn die Kau und Geil nur ein bisschen schneller wären. Aber naja. So. Hier, den nächsten umlegen. Dankeschön. Der Arnenturm. Der Arnenturm. Der Arnenturm. Der Arnenturm. Hat er Schwe snowman beim Liebigen gewonnen? Nee, natürlich nicht. Gut, aber das schauen wir uns hier alles in der nächsten Folge an. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.